Da ist so schöne Herzohren. Hab ich noch nie so gesehen. Du, Anne? So viele gleichzeitig. Nee, das ist mit den Ohrenschlagen. Da kommt das Baby raus. Sieht ihr das da hinten? Zwei Babys. Oh, das ist ein ganzes Mal. Ja. Wenn du ganz gerade rüber schaust, oder? Ja. Ja. Dann nehmen wir den blauen Vogel. Ja. Dann nehmen wir den blauen Vogel. Das ist ein bisschen kuchen. Untertitelung des ZDF, 2020